Jo Leute, willkommen zurück zu Unravel 2. Ja, stilles Wasser heißt Kapitel 4. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, schaut die an, Alter. Wir sind fast beide ausgerastet bei der... Wir sind nicht mehr klar, was uns verfolgt hat. Ja, da wären wir wieder. Ich bin immer so ein bisschen steckender blieben. So, Alter, sieht so geil aus. Was für ein Biest in dieser Folge, hoffe keins. Nein, so gut. Nein. Äh, okay. Hä? Hä? Ah, okay, okay, okay. Machs runter, machs runter. Wir müssen da beide Dinger wieder aktivieren. Ja, hallo? Zieh dich rauf. Warte, jetzt will ich kurz was probieren. Ja, aber... Aber so wird es gehen, ja. Ja. Wie kommst du jetzt hoch? Geht das? Ja, ich kann ja auch plötzlich auch da wieder... Wenden. Wenn ich jetzt so mache, dann gehe ich nicht mehr zurück. Doch. Was ist ja das Problem? Ja. Ja. Sonst können wir dann die Hilfe aktivieren, wenn wir da wieder kommen. Ich versuche jetzt so drauf zu springen und gleich direkt so... Ah! Ja, ich bin hier noch irgendwie angefangen. Moment, 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 ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich gehe hier hoch, dort und dann rüber, dass du wieder hochziehen kannst. Okay. Oder? Ja. Ja, dann muss ich zuerst hier hoch. Ja. Dann musst du festhalten. Ich muss zuerst drauf gehen. Weisst du wie ich meine? Oder? Du weisst wie ich meine? Nein. Moment, oder komme ich von hier rauf? Nein. Warte, du musst das Garn über die Kugelschlinge anheben und Funken nicht so gelangen. Ja, das haben wir schon gemacht. Ja, unter anderem. Ja, dann gehen wir drauf. Ah ja, wenn ich hier hochgebe, kann ich hier wieder runter und mich wieder hochziehen. Stimmt. Ah, ok. Ah, dann muss ich hier. Gut, zieh mich hoch. Ja, stimmt. Jetzt gibt es Sinn. Perfekt? Ja, jetzt mache ich es. Ah, jetzt muss ich zuerst runter. Nein. So. Hast du es? Ja. Was machst du? So. Perfekt. Aber nicht wie dieser Scheissbisser. So. Perfekt. Möchel. Ehhh, ok. Ehhh. Ehhh. Jeeeeh. Brücke. Ehhh. What the fuck. Ja, jetzt braucht's ne Brücke. Tchiiiihiii. Nein 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 nein. Sieht aber nicht so stabil aus. Hä? Aha! Ja wie soll ich da hochkommen? Da oben sind auch solche Dinge zum schwingen. Hä? Hä? Das ist jetzt fragwürdig. Nein. Dann kann man schieben. Ja, ja. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wie in der ersten Folge mit dem Kübel. Wird das eben was danach wieder kommen? Oder geht das gar nicht? Doch, das ist gut. Ja, perfekt. Okay, und jetzt müssen wir den... Ah! Ah, guck da! Soll ich schwingen? Ja, voll. Aber schon schwingen wir jetzt. Brücken machen oder nicht? Ja, Kumpels. Ja, ja, aber das schon. Jetzt habe ich da... Wird gut rüberschwingen. Wird dort Brücken? Hä? Schau, jetzt... Schau, jetzt... Ich kann gar nicht da... Aber ich muss... Ah! Nichts Brücken! Wir müssen da einfach... so schnell hochkommen. Ich habe da so einen Knüppel gemacht. Du musst dir den Knüppel machen. Ah, dass du hochkommst. Ja. Ich kann ihn dann lösen. So. So. Aha! Aha! Das geht jetzt so weiter die ganze Zeit. Ach du Scheisse. Und jetzt? Ach so. Ja, hoffentlich mal ein bisschen ruhiger Folge. Oh! Ich werde auch schon mal drücken. Ha! Ha! Voll gut. Ja, wir sind Super Mario als Faden. Ja, nein. Oder auch nicht. Ja, nein. Ja, nein. Du siehst mich! Ja, Gott, wenn du alles kommst... ...kommst du jetzt... Zum Glück bist du oben geblieben! Was? Das hat mich jetzt an... ...angeschissen wenn ich jetzt da alles... ...sit mit einer richtigen Hüderung drei... ...jetzt, glaub schon. Huuuuh! Wir müssen den flavfen, Because... Ja, ja. Oh! Wir müssen auch raten. Ja, ähm, jetzt kann man das glaube ich nicht mehr durchfängig machen. Achso, oh. Ja, ich bin. Was hast du jetzt gedacht? Das ist alles für Neuschwan. Ja. Ja, äh. Du ziehst mich da. Komm. Ein bisschen dort hoch, ne? Ja, das wäre schon mal fast. Hä? Ah. Abwärts. Hui. Oh. Scheisse. Hä? Runter, glaube ich. Ah, ja. Okay, scheisse, jetzt haben wir. Jetzt haben wir es schon gekackt. Musst du in der Luft nehmen. Hä? Zieh dich hoch, zieh dich hoch. Ah ja, Moment, Moment, Moment. Wow. Hä? Aber so will das gehen. Ja. Ich bleibe einfach oben und warte halt durch. Ich bleibe hier und du gehst jetzt runter und dann ziehe ich dich auch. Ah, Moment, ich weiss nicht, wie ich muss da mit dem Bandstrumpen machen. Ja, wenn du dort nicht in dem Kopf... Nein, wir brauchen keinen Hinweis, wie es sind wir, hoffentlich. Es gibt doch keine Hinweise in diesem Bereich. Aha. Alter, komm, Mann, ey, Junge. Na? Soll ich jetzt mal kommen zu dir? Moment. Ah. Hä? Äh, ja gut. Schwingen. Okay. Hörst du? Ja. Das braucht nichts. Moment, fürchte, langer Sprung. Nein. Aber eben hier. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Was ist jetzt das? Hä? Ach so. Du weißt, da ziehe ich da, kann ich schwingen. Ah, ja, 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 ja. Scheißen, du faszin. Jetzt haben wir einfach reingeschissen, ne? So, es bleibt, bleibt, bleibt. Aha, kommst du gerade so? Ja. Ja, aber dann sind wir schon wieder am Arsch. Wenn ich jetzt hier stehe. Bloß hinter mir stehen. Ja, eben. Ach, schau, der Faden. Ja, bleib doch. Ach, ich will einfach reingeschissen. Ah. Jetzt bleibt hinten mehr. Hihihi. Ich bin voll hunk. Wir müssen auf der anderen Seite stehen. Schau, ich probiere doch. Aber das geht ja gar nicht. Doch, 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 Moment, Moment, Moment. Doch, 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 doch. Einer muss oben stehen, der andere muss ich dann hochziehen. Ja, aber. Ja, was, aber. Der hat das Faden schon wieder voll verkehrt. Nein, nein, Moment, ich mach, mach. Bleib oben, bleib oben. Ich mach's. Jetzt du schauen, wie ich meine. Da, da, da. So. So. Und jetzt? Aber weiterkommen wir nicht. Hä? Wir müssen dort hochkommen irgendwie. Ach so. Ah, Moment, oder müssen wir hier auf diesen Stamm? Nee. Nee? Hä? Ich glaube, wir können den ja hochnehmen. Bleib du mal hier stehen, auf dieser Ecke. Bleib du mal hier auf dieser Ecke stehen. Wenn auf dem Ast. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Sorry, da. Oh, das rollt ja, das ist voll scheiße. Ah. Ah. Ach so. Ah, okay, okay. Ist klar. Du musst auch mal mitkommen. Gut. Ja. Nein. Nein. Ach, scheiße. Ich habe noch ein Versuch. Ach, meine Fresse. Warum? Okay, jetzt warte, bis ich oben bin. Jetzt warte, bis ich oben bin. Und jetzt? Schwingen. Schwingen. Wow. Alter. Okay, das war wieder lustig. Alter, das sieht so geil aus. Aha. Ah, das ist doch. Was ist so richtig? Was ist der Nicht? Ja? Ah, Moment. du musst dann hier direkt den Warnsprung nach oben machen Kann doch nicht! Ist ganz kaputt? Kannst du es in der Luft machen? Moment, lass mich kurz runter. Ich kann mich ja schwingen! Nochmal musst du! Dann kommst du ja! Nein! Warte, warte, warte! Mach nochmal! Warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Oh mein Gott, okay, das war jetzt... Warte, warte, aha! Woah! Woah! Huh! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Hier oben, zieh dich hoch. Das geht sicher von hier aus. Ich hab's so verkackt. Ach nein. Komm. Geh doch. Danke für das auf jeden Fall. Das kann man echt kann nicht hochziehen. Das ist schon mal. Ich hab's so gut. Ich hab's so gut. Ich hab's so gut. Ich hab's so gut. Das ist ein bisschen... Oh mein Gott! Nein, da geht es nicht mit einem Fisch als Gegner. Au! Warte, ein bisschen kommt! Komm doch! Komm doch! Okay, komm doch mal! Huh? Huh? Was ist das für ein Witz? Ich habe keine Angst davor auf den Hecht zu springen. Ja, wenn er nicht mehr da ist. What the fuck? Ja und wo ist jetzt dieser Hecht? Ach komm, sag nicht! Jetzt haben wir verkackt! Ich kann mich verrecken! Ich glaube schon! Komm, komm, wir müssen sterben! Oh mein Gott! Der ist einfach nur einmal da! Ja! Nicht das jetzt müssen wir aber schnell sein! Nicht hier! Nicht hier! Hier! Komm! Ja! Komm hoch, komm hoch! Komm! 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 Hä? Ich weiss nicht, dass du mit dem Lasso an den Gno... Schwingen! Ja, aber wieso ich hier rüber schwinge? Ich halte mich jetzt gar in so einer anderen Rübersprung. Also geht es nicht. Aber Alter, wieso das geht? Das geht ja gar nicht. Schon nur wegen diesem Stamm hier. Ich kann den Gnochen machen, ja. Ich weiss, was ich meine. Wo er hinweist, ja. Du musst beides schwingen. Du musst einen Spielcharakter, um den Sandstamm an Knoten hochzuziehen. Ich bin überspringt. Hä? Hä? Dass du mit einem Lasso an Knoten ziehen kannst. Hä? Ah! Okay, okay. Lass kurz seinen Knoten. Was? Warte, ich muss jetzt mal hochkommen. Was? Wir müssen den ziehen. Komm. Oder nicht? Aber ich habe es irgendwie... Aber wir können nicht drauf springen. Ja, ja. Aber wir müssen den Baustamm ziehen. Nichts Richtige. Mach auch einen Knoten. Kann. Ah, nein. Können wir nicht. Hä? Okay, das ziehe ich mir auch nicht. Kohl, du kannst doch einen Knoten ziehen kannst. Oh nein. Nicht verrecken. Nicht verrecken. Warum? Keine Ahnung. Hä? Ist das vorher noch so gewesen? Nein. Jetzt müssen wir stellen. Der eine muss so ziehen, dass der andere rüber springen kann. Oh. Oh mein Gott. Moment. Ja, wir müssen nicht beide. Ich habe mich gefressen. Ey, du bist getrunken. Nein, ich habe mich gefressen. Noch ein interest. Okay. Pfl건 ma dijo, ich habe einen Hauch insaufen. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Wunderschöne. Hier ist er mit dir. Ich traf das gleiche aus. Ja, alle sind immer von vorne. Ach komm, jetzt wieder so eine Scheisse. Und warum springt einer immer daneben? Ey, ich, äh... Fuck, spiel, ey. Ey! Warum springt einer immer daneben? Ey, komm! Warum ist der jetzt nirgends? Lol. Hey lol, der Fisch ist nirgends. Das ist für uns. Der Fisch ist nirgends. Der Fisch ist nirgends. Aha. 풍 Cl Gue будете sein Jesus... Na, äh... Hä? Hä? Was? Ah, kann man die Brücke bauen? What the fuck? In dieses Loch, nehmt dort oben auf die Fahne? Das gibt aber irgendwie auch keinen Sinn. Ah! Nein. Wir sind da. Aber irgendwas draufstehen, sonst komm ich ja nicht raus. Sonst stehe ich hier. Oh Junge. Ein bisschen Witz. Ah, ok. Was stehe ich hier? Komm. Hm? Ja? Ach so. Oh, Moment. Oh nein. Heck! Oh, bitte. What the fuck? Das hat doch was mit dem Boden zu tun. Ja, der Stein ist da drüben. Ja, wir haben den Stein nicht. Das lässt du auf der anderen Seite da bei ihm. Was ist mit der anderen? Mann, warum hältst du mich? Ich, ich halte dich nicht. Ich halte dich nicht. Ah. Ach nein, wenn du noch oben durchgehst. Ah, jetzt könnte man eine Brücke machen. Du kannst drüben eine Brücke machen, gell? Das weißt du. Oh ja. Den Stein brauchen wir das sicher auch noch. Ah, ich komme nicht weiter. Ja, weil du es da unten brauchst du es nicht. Du wirst es dort oben nehmen müssen. Du musst vielleicht auch deine Schnur zurücknehmen. Jetzt löst deine Schnur. Du wirst es dort oben nehmen. Oh, wir sind dort drauf. Dann müssen wir den ja auf der Brücke tun. Ich komme mich ja da unten. Ach so, nein. Ja, ich habe ge- aber hallo, hilf zu mir. Ich komme da nicht hoch. Ja, jetzt gibt es den. Los, andere Seite. Ja, jetzt gibt es den. Los, andere Seite. Was? Was? Diese Schwan aufwacht. Soviel zum Thema. Alter Geschafft Ja, war bitte eine längere Folge Wirklich so eine Folge wie... Ah, jetzt hab ich das mit dem Fisch... Nein, komm Ja, Kapitel 4 wäre auch erledigt Es geht immer weiter nach oben, Leuchtturm Perfekt Äh Eier 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 Okay, Moment Wo ist jetzt ein Tod noch aufgenommen? Okay, warte Nein Nein Da wäre mir im dritten Stockwerk, Moment Hallo, Hallo, Hallo Da geht es dann weiter in der nächsten Folge Kapitel 5 Fisch Frisch ans Wert Ach du Scheisse Ja, freut mich, wenn es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal